Musik Hallo zusammen, heute ist der 11.00 Uhr und das heißt wir machen wieder eine neue Tür auf und hinter dieser Tür versteckt sich ein Spiel und zwar von Reutchen, Medal of Honor. Damit ihr das Spiel gewinnt, gibt es wie üblich wieder eine Frage dazu und dies sendet ihr an unsere E-Mail-Adresse fest.plan.googlemail.com und die Frage kommt jetzt und zwar möchte ich gerne von euch wissen, wie viele Teile gibt es von Medal of Honor auf allen Plattformen zusammengezählt? Alle Teile? Sendet die Zahl an unsere E-Mail-Adresse mit der Antwort und in zwei Tagen werdet ihr dann erfahren, wer gewonnen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Ciao.